ja läuft genau episode 6 folge nein episode 4 so folge 1 es gibt ja nur eine pro map ja muss heute passen okie-dokie so, mal gucken was gleich mal speichern hier bitte was arschloch waaaah ok 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 Oh Okay. Ich hab schon gedacht, was die Arten ist. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh, 300 Gegner. Ich fülle hier nicht durch. Noch so ein Karussell hier. Ach, hinten. Oh wow. Auf Treppenbremse ist echt das behindert auf der Welt. What the fuck? Ich war schuldig. Ich habe damit nichts zu tun. Hey. Was? Von wo denn? Ach so. War schon wieder so ein Untoter hier. Gut, okay. Wow. Apropos Untoter. War ja wieder klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist eine Rakete. Boah, Alter, ich hatte gesagt, ich will hier nicht rein. Oh Gott. Oh Gott, ich will es verstecken. Oh, ein Knopf. Hallo. Hallo. Ist das so noch ein Knopf? Ah, daneben. Ah, Maria. Na komm, komm. Kannst du, kannst du. Oha, oh nein Nein, 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 nein Dich hab ich mir tot noch angefressen, komm her Was wird hier denn los? Ey, hallo? Kommst du bitte her? Whatever Was ist mit dem los? Der ist ja komplett verpackt. Jetzt fällt er auch noch in den Boden rein. Wo denn? Ach da. Oh, Alter. Ja, okay. Ist das ein Secret? Erste Hälfte? Ach ja, weil ich das ja hinten mit dem Knopfdug geöffnet habe. Ja gut, okay, dann macht das viel Sinn. Ist das ein Secret? Ey, komm, ist er hier locker? Dann nicht. Gut, hier geht es auf jeden Fall offiziell weiter. Ich gehe aber erstmal in das von uns geöffnete Secret rein. Na, komm her. So, das wäre ein... Hier geht es auch nichts mehr. Hier? Hier? Hier geht es auf jeden Fall. Alter. das ganze struktur soll alles ein secret sein ist ja interessant wer ist hier schon wieder los ich hätte hier schon wieder was ach leck mich am arsch das ist hier ein bereich brauchen wir uns verkanntlich aber trotzdem nice können wir uns auf jeden fall merken dass wir so was im falle eines falles haben gut ich hole jetzt erstmal diesen anstieg da dann gucke ich mal ganz kurz was wir am dümmsten jetzt machen ich war nicht weiter da war nicht weiter Alter, schieß doch, Mann. Nee, du, das funktioniert ja so mal gar nicht. Alter, was war das denn schon wieder, ja? Alter, was war das denn? Alter, was war das denn? Das war's. Also, ich weiß nicht warum, aber die Shotgun ist irgendwie komplett buggy. Wenn man damit so oft hintereinander schießt, mal schießt sie, mal schießt sie nicht mehr, mal schießt sie, mal schießt sie nicht mehr. Das ist ja wie eine Polizei-Sirene. Geht, geht nicht, geht, geht nicht. Wie mache ich das am dümmsten ohne Shotgun? Neh, ich die hier. Geht, geht nicht. Geht. Oh, fuck. Oh, come on! Da war ich schon auf der Seite. wieso konnte ich runter wieder weg okay yeah 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 dieser pick was auch sonst ja 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 Du wirst sterben! Du wirst sterben! Du wirst sterben! Du wirst sterben! Sooo... Na du, war ich hier schon? Achso, klar, das ist der Hauptraum, der Anfangsraum. Praktisch meine Base! So, mehr ist sie erstmal nicht, oder? Scheint nicht so... Gut, dann geh ich mal... Geht schon wieder hoch. Äh, was jetzt? Aha! Äh, und sonst? Gibt es hier gar nichts, oder was? Achso, ist ja halt ziemlich gut gedacht. Interessant. Trotzdem wirst du nicht genau wissen, wo es jetzt weitergeht. Wir haben noch die Hälfte der Gegner vor uns. Wow. Ein Blicktheater. Gut, die wir merken jetzt auf jeden Fall. So, hier geht's weiter. Ja? Ja? Es ist jetzt schon mal, Alter! Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist Auto-Aim-Aktiv. hatte ich es nicht damals die aktiviert gehabt mit auto aktiv jedes problem ist immer ich versuche auf die fässer zu schießen wo die gegner zum boom stehen damit die gegner hochgehen macht sinn das problem ist aber wenn ich auf den fass schießt wo die gegner drum herum sind treffe ich den fass auf einmal seltsamer weise nie aber ist natürlich klar wenn er im moment natürlich auf die gegner zielt statt auf das fass obwohl ich auf das fass ziele naja dann kann das fass natürlich auch nicht hochgehen ist natürlich in dem moment dann blöd und 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 Ah, ne, wo sind wir jetzt hier? Boah, ich hab gerade im Augenblick verloren, okay. Aber. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. wir haben doch keine einzige karte das ist deprimiert das ist nicht gut wo da muss ich denn endlich mal eine karte was soll man da gibt es ein geheimnis denn ach so ja klar wo gehen wir jetzt weiter am besten gehen wir nach unten hier ist noch gar nicht alles erforscht hier in die richtung aha das blau die rote karte wir müssen also später sowieso hin dann gehen wir müssen jetzt gleich sind wir hier auch darum ja gut die frage ist wie kommen wir da wo wir jetzt gerade nur wollen hallo auch gott alter ich jetzt hier ah das hier was ok das hier rote karte wie komme ich daher weil da wo denn So, jetzt haben wir schon mal die rote Karte. Mit der roten Karte können wir so genau hin. Ach, da hinten. Ja, da, wo wir gerade waren. Okay, gut. Okay. Geh nochmal nach hinten hin. Perfekt. So, äh... Nee, bin ich falsch. Hey. Hallo, ja. Ach, ja. Da. Ja, komm, hoch mit dir. Links oder rechts, ist eigentlich egal. So, so, so. Dann jetzt nach da und... Nein, da geht's nicht lang. Geht's hier lang. Ach so. Das ist also doch eine Tür. Interessant. Gut, wir müssen ja erstmal in die Richtung hier. Ja, dann geht's hier rum und dann geht's hier lang. Über da lang. Über da lang. Über da lang. Wo denn jetzt? Da, 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 da. Perfekt. So. Gut. Dann war ja mal. men. Oh. 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 Was wurde denn? Ach da! Komm her! Tarkershode! Soooo! Auch nicht. Schau mal an. Klappe. Ich höre böse Menschen. So. Ach komm. Ach so, mein Fall. Das ist ja nett. So. Dann gehen wir mal an die Tür. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie war ich das jetzt? Gut. Ab wann geht den runter? Ach. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Keine Chance. Hier kommt's. Wider schütt nochmal. haule maule, was ist denn hier los? wieder was? das liegt ja auch noch alles kaputt hier gibt es kein fucking secret? da ist gemein so, jetzt muss ich da ran und muss dafür natürlich die ganze Kack hier aufnehmen sehr nett, gefällt mir ja ja das ist ein cool ja 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 und eu so ich habe jetzt rot und ich habe gelb mit der gelben karte muss ich da oben irgendwie an diese komische tür kommen genau die linke ansonsten ist hier mehr gelbes gibt es hier erst mal nicht okay okay verstehe danke gut genau so und dann hier geradeaus und hier einmal durch und einmal geradeaus und einmal rum und einmal das kann ich immer noch nicht öffnen leider schade eigentlich wo war der weg das ist prämierend das ist echt die prämierend jetzt gleich mal ein bisschen munition aussammeln kann die schaden komm her ach leck mich doch so danke schön danke schön so jetzt habe ich noch ein defizit von einer rakete das ist doch schon gar nicht mal mehr so schlecht habe ich gerade noch eine rakete gesehen gehabt oder habe ich die ach da ach der hätte ich schon ausgenommen gut wo weit wir hin und wir werden nach oben also in die richtung und jetzt zur gelben tür und da nicht rein kann das ist ja unklar aha gefunden äh gesehen komm her komm her komm her komm auf wo 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 Oh, Alter. Digga, bitte was? Wo bin ich denn gerade getroffen? So wie das Klang muss ja ganz aus der Nähe gewesen sein. Alter, man sieht sich wieder da an, wie man das ist. Bitte was? Für die Ruhnen? Hey. Digga, von was ist denn, bitte? Ach, da oben. Ach, leck mich doch. Oh, jetzt das Bähne. So, Feierabend hier. Kriegst du ja den beliebtischen Kotzreiz hier. Was? Was ist das? der balken hier tat das den enden extrem gut habe ich überhaupt nicht gesehen dass da irgendwie was sein könnte ist ja das blöde an diesem spiel dass man halt wirklich nur das sieht was halt wirklich im bildschirm ist man kann ich so aus aus dem blick für die heraus sachen erkennen von daher wenn man hier so kommt und er war lang geht du kriegst es da überhaupt nicht mit da musst du wirklich schon so kommt dass du dich im bildschirm reingeht dass du dafür erkennst dafür hat man ja die pilot button fuck you oh god da kommt noch eine ganze Menge oh man Was? Kick everyone Ja komm her Hol- Am I gonna miss the scene? Yeah, I'm gonna miss him But now I'm gonna miss him I will miss him Oh, yeah, I will not miss him God Alter, nee, das geht nicht, das kann man nicht machen hier. Ich habe Nein gesagt. Wieso man durch die Streben irgendwas erkennen können? Kann man das mal irgendwas sagen? Oh Gott. Ich weiß. Oh Gott. So, wo geht's jetzt da hin? Ach so, ich muss also den Schalter drücken. Aber ja, will er, klar. Ist das hier? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Soooom... Ich bin immer wieder überrascht, wie weit die Fischer beißen können. Echt, immer wieder. Wahrscheinlich die erste Spiel, die für ihre 10e Scharfschützen auszulaufen ist. Ist doch nicht mehr normal hier. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Untertitelung. BR 2018 Sooo... Genau. Ich hätte noch 50% gegeben. Ich wollte ihn doch gerade verarschen, oder? Genau. Das war's für heute. geht der heiß her war der was? oh 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 okay okay so so wo waren wir? zuallererst mal das hier so dann als nächstes das hier und jetzt muss man mal überlegen A war hier in dieser map eine blaue Rüstung und wenn ja B wohnt vor allem wüsste ich gar nicht mal wie das denn hier ausgeht oh Gott schon wieder so viele Fragen und keine einzige fucking Antwort oh Gott oh Gott oh Gott ah so wo ist dieses Quadrat? nimmst du? hä? achso wow okay ich dachte das ist so wie dieser in dieser einen Vanilla Doom Map dass man da über so ein Quadrat laufen muss und die Tür dann wieder aufgeht tja also eine blaue Rüstung doch ich habe da irgendwo eine blaue Rüstung gesehen ich bin doch nicht bescheuert hier drin aber auch eine blaue Rüstung danke ich doch wie kommt man da hin? dann wird dort rein teleportiert die Frage ist nur wo ist hier ein Teleporter? da hinten ist sowas wie ein Teleporter dann gehe ich mal genau da hin zweimal speichern CC war ich auch noch nicht ja ne ich war überall noch nicht wow Entschuldigung musst du mich so erschrecken? äh wow hat uns ja genau gar nichts gebracht oh Gott wo warte ich jetzt hin vielleicht bin ich schon wieder komplett falsch oh da hinten wordt er hier nichts du nicht warte ich ich warte ich warte ich in der wir Ah! Oh! 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 Hätte ich vorhin gar nicht schieben müssen. Aber wo ist hier dieser Fragi? Gibt es hier vielleicht noch mal noch... Teleporter? Hier muss doch UFO-Teleporter sein. Alles andere macht da keinen Sinn. Ich war jetzt nicht wieder hier unten. Kann ich da wieder ziemlich schnell zurück? Ne, ne? Ne, muss ich ganz gut noch mal laufen. Oh Gott, ey. Oh. 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 Wo kann er noch neue Teleporter sein? Ich versteh das nicht. Das kriegt auf jeden Fall erstmal gar nichts. Von daher... Kursieren wir es mal hier weiter. Äh, soll ich dann wieder hier langlaufen? Oh Gott, geht's hier lang? Ja. Hier muss irgendwo irgendwas sein. Das spüre ich in all meinen Gelenken. Kann aber auch mein Alter sein. Ja, halt. Halt, halt, halt. Das gibt's doch gar nichts. Wie komm ich da hinten drauf? Ich war doch völlig hier hinten drauf, oder nicht? Das muss irgendwo so ein fucking kleiner Knopf sein. Das Problem ist nur halt, der kann überall sein. Aber so Knöpfe an sich habe ich halt schon überall gedrückt. So Knöpfe an sich habe ich halt schon überall gedrückt. Wie macht überhaupt keinen Sinn hier? Was tue ich hier gerade? So und wir hier sind kein Teleporter Sein Teleporter ist am Arsch und es wird sich um so Holy fuck, da gibt es echt keinen Teleporter Okay, 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 kann ich mitnehmen Ich bin also immer noch ganz im Anfang Ich habe keine Ahnung, wie dieser perfekte Teleporter ist Ich habe alle ganz Kleine Frage Es sind ja angeblich 10 Sequels Aber wir haben eigentlich schon die gesamte MEP Akku Die sind überall drin gewesen Kann es sein, dass hier jede einzelne Tür als einzelner Secret gilt? Nein Was heißt also, wir haben noch eine ganz große Menge von der gesamten MEP noch gar nicht erforscht? Oh Gott Oh Gott, was tun wir hier? Das ist ja auch ein bisschen Da hinten zum Beispiel Da hinten zum Beispiel Da unten dann wird noch... Nee Ah nee, da gehts sogar nicht weiter Wow Oh Mann, was tue ich hier Was denn F*** mach ich hier? Wow. Wow. Ja, hier haben wir auch alles. Aber hier ist auch nichts. Ja. Absolut gar nichts. Na gut, geben wir ein Ziel. Bringt da nichts mehr. Das ist ja hier nur noch eine Zeitverschwindung. So. Ja. Hallo. Wo war das Ziel? Ach ja. Ich schon wieder. Hier natürlich. Na komm. Hallo. Schauen wir mal. Ja. 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 Ja.